Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Ihr seid auf der Suche nach einer günstigeren Alternative zum Original-Oculus-Link-Kabel, denn mit 99 Euro ist das Original-Oculus-Link-Kabel schon sehr teuer und alles, was ihr machen wollt, ist, eure Quest 2 mit eurem PC zu verbinden, um SteamVR-Spiele zu spielen. Oder ihr sucht das richtige Kabel, um eure Focus 3 mit einem PC zu verbinden, um SteamVR-Apps abzuspielen. Ja, da gibt es was Neues und zwar von VR-Cover. Die machen jetzt nicht nur diese Hygienelösung, sondern eben jetzt auch Kabel. Und das hier ist das neue Premium-USB-C-Kabel. Und das Interessante daran, dass die Specs von diesem Kabel besser sind als die Specs vom Original-Oculus-Link-Kabel und das hier kostet nur 59 Euro. Interessant. In diesem Video werden wir das Ganze mal unboxen, uns anschauen. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht es jetzt los. Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian Ang und auf diesem Kanal geht es um die virtuelle Realität. Wenn ihr euch dafür interessiert, abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Das hier ist die Box, in der das Premium-USB-C-Kabel von VR-Cover zu euch kommt. Und jetzt werden wir das Ganze mal auspacken. Interessant. Das Ganze kann 10 GB pro Sekunde im Vergleich zu den 5 vom Original-Oculus-Link-Kabel. So, das ist es also. Und ich hole das Ganze mal raus. Und ja, der erste Eindruck fühlt sich gut an für so ein Kabel. Ist eben nicht so Plastik, sondern Nylon geflochten. Und der Test hier zeigt, es ist sehr schön flexibel. Natürlich wichtig für so ein Link-Kabel, aber es verdreht sich nicht. Es verheddert sich deswegen auch nicht so schnell. Und das ist natürlich beim 5-Meter-Kabel sehr schön. Ja, das Ganze ist auch sehr stabil. Und hier auf der anderen Seite haben wir diesen 90-Grad-Connector, der dann in eure Quest 2 reinkommt oder Quest 1 oder Focus 3. Und das haben wir auch beim Original-Oculus-Link-Kabel, was 99 Euro kostet. Teuer. Sehr, sehr teuer. Ja gut, erster Eindruck ist ein positiver. Jetzt schauen wir mal auf die Webseite von VR-Cover, was das alles so kann. Also, das Ganze kostet 59 Euro, ist ein 5-Meter-Kabel und zwar ein Glasfaserkabel 3.2 Gen 2. Das ist besser als bei der Quest, die hat nämlich nur 3,1 Gen 1. Dann haben die Stecker noch diese robusten Gehäuse, die das PCB nochmal abschermen. Dann haben wir diesen 90-Grad-Connector. Den haben wir auch beim Original-Oculus-Link-Kabel. Und hier, wir haben 10 GB pro Sekunde Durchsatz. Das haben wir beim Original-Link-Kabel nicht, da haben wir nur 5. Dann der Ladestrom. 20 Volt, 3 Ampere, ganz genau wie beim Original-Oculus-Link-Kabel. Das heißt, eure Quest 2 wird auch gut mit Strom versorgt. Und das Ganze ist kompatibel mit Quest 2, Quest 1, aber auch Focus 3. Dann schauen wir uns hier die Webseite noch ein bisschen genauer an. Hier gibt es ein schönes Bild von dem Querschnitt und da sieht man das PCB der Kabel. Und ja, das ist schon ein Ding, wie kompliziert so ein Kabel sein kann. Tollert das hier mal an. Wirklich interessant. Die ganzen verschiedenen Kabelstränge und wichtig natürlich hier das optische Glasfaserkabel, wo dann die Daten durchgehen. Und wie gesagt, wir haben einen doppelt so hohen Durchsatz wie beim Oculus-Link-Kabel. Heißt das jetzt, dass das Bild doppelt so gut aussieht? Nein, aber wir haben jetzt halt mehr Durchsatz für schnellere Datenübertragungen. So, jetzt schauen wir uns das mal hier an, wie es aussieht, wenn man es anschließt an den Computer. Also ich hatte natürlich keine Probleme mit dem Anschließen und dem Erkennen. Und ja, das Bild sieht super aus, fantastisch. Genau so, wie wir es kennen, auf der höchsten Qualitätsstufe von Oculus-Link. Und das sieht auch noch besser aus als Air-Link. Obwohl Air-Link auch schon wirklich gut aussieht, aber das sieht immer noch besser aus. Wenn ihr die beste Qualität haben wollt bei euren SteamVR-Spielen, dann benutzt ein Link-Kabel, wie zum Beispiel dieses hier. Und bei dem Kabel ist mir übrigens auch nichts negativ aufgefallen, was Verheddern oder Kabelsalat anbelangen würde. Also dieses Nylon-geflochtene Kabel, das ist schon wirklich gut. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Link-Kabel seid, das hier kann ich euch empfehlen. Wie ihr gesehen habt, dieses Kabel funktioniert wunderbar mit der Oculus Quest 2. Und ich habe das Ganze auch mit der Focus 3 getestet. Und auch da geht alles wunderbar. Die Focus 3 benötigt sogar genau so ein Kabel, nämlich USB-C 3.2 Generation 2. Sonst würde es gar nicht funktionieren. Also, das passt schon mal. Das heißt, wenn ihr eure SteamVR-Spiele in perfekter Qualität, in der besten Qualität, die möglich ist, besser als Air-Link, mit eurer Quest 2 oder Focus 3 spielen wollt, kann ich euch dieses Kabel hier auf jeden Fall empfehlen. Es ist günstiger als das Oculus Link-Kabel und hat sogar noch bessere Specs. Das Ganze, wie gesagt, 59 Euro, ab sofort erhältlich bei VR-Cover. Der Affiliate-Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn ihr das Ganze vielleicht nicht heute sofort bestellen wollt, sondern vielleicht morgen und nicht dieses Video erst finden wollt, um den Link zu finden, dann geht doch einfach auf meine neue Webseite unter mrtv.co. Auf mrtv.co findet ihr alle meine Reviews, zum Beispiel zu den besten VR-Brillen, aber auch eben zu VR-Zubehör, wie genau in diesem Kabel. Und um das Kabel zu finden, geht ihr auf VR-Zubehör, Oculus Quest 2, Kabel und hier ist es, das VR-Cover Premium-USB-Kabel. Ihr klickt drauf und dann seht ihr hier mein Kurzreview mit allen Links. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Und das war es für dieses kurze Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins meiner Produktreviews verpasst. Und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bis dann, macht's gut.